Links. Warum gehst du nicht links? Wann du hier Münzen haben kannst? Blöd Mann. Sterne meine ich, nicht Münzen. Und jetzt? Boah, wie unfair ist das denn? Ja genau, schieß dich nur nicht nochmal rüber, du Idiot. Ich sag ja, Lucky Loser. Bäh. Aha, eins. Bäh. Minispiel. Mach wieder ein Kampf, Minispiel. Ach man. Muss ich Luigi jetzt als erstes verprügeln? Da bleibt mir doch keine andere Wahl. Schlitterwochen. Ein Wortspiel für Flitterwochen. Renne, springe und rutsche ins Ziel. Ah, okay. Achso, okay. Hui. Hui. Yeah. Hui. Hui. Yeah. Ey, warum? Alter. Fuchtelsteuerung. Ich hasse sie. Alter. Fuchtelsteuerung, wie ich sie hasse. Dann wollen wir mal. Ups. Jetzt wollte ich wieder B drücken. Mann, das ist schlimm. Okay. Mit meinen Schälzen kann ich super springen. Nyehaha. Hui. 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 Hehehe. Die Robben sehen, äh, die Walrisser sehen gut aus. Mann. Ah. Äh. Ja. Genau. Macht mal schön scheiße. Wuhu. Dreisprung. One. 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 Sieg. Jawohl. Ah. Da ist ein Scheiger. Oben links ist ein Scheiger gewesen. Knuffig. Man möchte ja nicht mehr treiben, ne? All right. Das wüsste ich aber, dass ich da auf irgendeinem roten Feld lande und dann Münzen abdrücke. Äh, Sterne abdrücke. Sag einfach Münzen. Ne? Juhu. Da hab ich es so gerade eben geschafft, dran vorbeizukommen. Und krieg noch mal ein Würfelchen. Yeah. Wenn man drückt, wird der, ähm, Nächste und dann der Nächste, wird erst der Nächste kommen und dann der Übernächste wird dann, äh, den kriegt man dann. Also man drückt bei einem Würfel und kriegt den Übernächsten. Rums. Rums, Bums, Bums. Naja. Da kriegt, da kriegt er wieder einen langsamen Würfel. Du bist ja auch ein langsamen Denker, was? Der hätte ich auch weggeworfen. Ich hätte den Gelm weggeworfen. Was ist mit dem langsamen Würfel? Was ist doch nicht nötig, Mario. Der ist aber mutig. Spitzen? Äh, leck mich, du blöder Lutscher. Puh, zurück nicht von mir. Yo. Hälfte. Bist du wahnsinnig? Das ist alles relativ, ich sag mal, unausgeglichen von der Feldaufteilung. Es ist ein so ein Rad dabei und wenn der Erste das kriegt, kann er sofort jeden möglichen Lumpen hier abziehen. Das ist relativ unfair gemacht. Ach, das finde ich schon wieder bei den alten Mario-Partys besser. Da hatte jeder die Chance, mehrfach mal sowas zu kriegen. Nur mal so wieder als Kritikpunkt. Also, ich bin von den neuesten Mario-Partys nicht so begeistert wie von den alten. Fruchtflitzerei. Uh, wieder was mit Früchte. Yoshi wäre wieder glücklich und begeistert. Springe mit, um dir Früchte zu schnabulieren. Brauche ich nicht üben. Es ist nur Rennen und Springen. Yay. Wahrscheinlich kann ich auch noch auf den Köppen der anderen rumhüppeln. Au. Ja, Klammer, verliert sofort was. Heilige Scheiße. Juhu, 26. Da können sogar die Computer ordentlich was reißen. Ich bin begeistert. Jawohl, und die bösen Bubis haben gewonnen. Das macht voll Spaß, mal so doof zu lachen, ey. Sauber. Das würde ich auch mit dem Würfel nehmen. Einfach nur, damit ich auf jeden Fall die Fahne hissen darf. Aber das klappt ja auch so ganz gut. Zielgerade. Wenn sich dieses Tor öffnet, steht ein Kampf gegen Bausern. Überprüfen wir aber erst einmal, wie viele wie die Sterne alle haben. Läuft. Als Vorbereitung auf den letzten Kampf verteile ich ein paar Geschenke. Abzusehen vom Warnwitz können ich spiel... Oh. Voll bescheid. Von der Zeit an darf der Spieler auf dem letzten Platz entscheiden. Welches Videospiel das gäbe schon. Auf zum großen Finale. Ei, ei, ei. Au. Wasser greift jeden Zug an. Wer getroffen wird, findet die Hälfte seiner Mini-Sterne. Seid also vorsichtig. Ach du meine Fresse. Gut, dass ich schon dran war. Okay. Blab, blab, blab. Da müssen wir was einsammeln. Das war jetzt gemein, Mario. Möchte ich mal behaupten. Spezialwürfen natürlich noch mehr Spezial. Das ist genau das Richtige, was du brauchst. Wuhu. Es wäre schön, wenn Luigi getroffen wird. Komm, nimm den. Eins. Eins. Ja. Yes. Ja, ich freue mich. Ja, ha, 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 ha. Jawohl. Ja, ha, 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 ha. Die größte Herausforderung ist schon mal beseitigt. Wario, was machst du da? Ich werde gleich auch die Hälfte verdienen, habe ich so das Gefühl. Ja, ha, ha, ha. Die besseren Chancen, wenn ich den nehme. Eine Sechs, bitte. Ah, fuck. Äh. Dann trotzdem immer noch Erster. Mann. Scheiße. Das ist Scheiße. Ja, auf einmal kriege ich... Ach nee, es waren 41, nicht 42. Ah, das ist doch doof. jawohl sehr gut wer hat jetzt wie viele okay ich muss erst mario dann luigi abledern alles klar erst mario dann luigi und dann war fieslingsgedächtnis willst du schnapp dir einen gegner mit und sie ihn dann an den richtigen platz merke dir so viele wie möglich ach du heiliger fischkrabbe zäpfchen bombe tippen fisch das kriege ich nicht hin aha wie behindert ist das denn ja geil wie lange soll ich warten boah ist das ein kack spiel komplekt mich natürlich muss jetzt sowas kommen was das behindert ja komm mach bohu fuzzi hauber bruder stachy knochentrocken krebs kumba kooper hörnchen bobo kann ich mir gar nicht merken schallgai buhu fuzzi das ist scheiße dann schön langsam damit es auch ja nicht schnell vorangeht boah ätzend ey ich hasse solche mini spiele ja toll jetzt weiß ich noch hier haben wir bruder da oben bohu dann ist aber auch schon vorbei knochentrocken war hier unten idiot ich mag das mini game jetzt schon nicht mehr boah nimm nicht den oh nimm doch nicht den den ich weiß blöder wichser sehr gut Luigi ist schon mal weg das ist gut das war glaube ich nicht richtig ne sehr gut so das ist richtig das weiß ich ähm ich glaube fuzzi war daneben oder oder war es sofort der hammer bruder ne da war hier fuzzi da war glaube ich hammer bruder gut da war hier fuzzi lass mich doch nicht von spagettifresser kaputt machen und war hier der krebs das weiß ich der krebs war nämlich relativ schnell ne quatsch der stachy war hier ne stachy und da war glaube ich ähm der krebs jawoll schade dass mario nicht als erstes raus ist aber hey ach iglok hey hab ich auch noch mal schwein gehabt dann nehmt ihr auch stachy meine ich ja stachy mit ähm iglok iglok ist ja stachy für mich gewesen jetzt äh meine fresse ich hasse sowas sowas hasse ich wie die Pest wie die Pest wie die Pest wie die Pest boah das ist ein dreckiger Bastard das ist wieder reines Glück boah ich hasse es wenn man sich auf Glück verlassen muss boah ist das ätzend ey ja komm mach man hat die Fresse und Würfel ja natürlich ach komm jetzt wäre ich sogar für eine Revolution wenn ich ganz ehrlich bin oder einfach für den finalen Kampf bario hat es verdient er ist nämlich ganz weit hinten ja dann wollen wir mal ja könnte wohl unser Gegner sein ich weiß es nicht Bowsers Ketten Keilerei Mama ist aus wie eine Panzerschlacht geile Pose Bowsers muss man dir lassen wuhuuu greife mit ansammle Pilze um dich zu stärken blind einfach ritt richtig vor die Reins gedümmel voll blind ey soll ich jetzt Angst haben oder was soll ich jetzt Angst haben oder was da passen wir aber nicht auf da passen wir aber nicht auf das ist voll geil das macht voll Bock Aua Alter Mann Alter Mann Alter ich hoffe wir haben wir noch eine reindrücken ach komm Lulchi du bist doof mal weg da natürlich komm mein Pilz einfach drauf einfach drauf auf den dicken Lachs hi 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 na ist das Spielzeug Bottegang ich habe mir das ziemlich schmerzhaft vor ja Mann Aaaaah Knochenbauser Aaaaah Knochenbauser Ich liebe Knochenbauser Hilfe Knochenbauser ist so cool ich freue mich auf den DLC für Mario Kart 8 das Zoll wieder nur auf mich drauf geht Knochenbauser ist so cool Mann Mann schieb mich doch nicht da näher ran du blöder Ochse ich mag dich nicht hey dasifft man voll geil Mann schick mich doch nicht da rüber du Paner du Ich will hier einen immer zu dem Feuer schieben. Und im Weg stehen, die Piskappe. Ja, geht's noch? Alter! Das machen wir eben so. Das hast du nicht verdient! Gib mir das wieder! Boah, ich hab 90 Punkte? Alter! Relativ episch möchte ich auch mal festhalten. Es herrscht Krieg! Verpiss dich, Wario. Ich glaub, das haben wir im Sack. Was? Mario, was? Was? Ach, ich? Wie geil! Jawohl, der Richtige hat's geschafft. Äpische Schlacht! Armer Bowser, ey. Endgültig tot. Nie wieder Bowser. Besiege die Bosse. Cool. Jawohl. So muss es laufen. So nicht anders. Mach weg. Mach weg. Mach. Danke. Siegerehrung. Wir sind aber endlich angekommen. Es wird Zeit, die Bonussterne zu vergeben. Mach Minispiel und laufen. Dann müsste ich, glaub ich, beide gewinnen. Oder dann hier Mini-Sterne verlieren. Ich hab ja über die Hälfte verloren. Ich hab ja über die Hälfte verloren. Oh. Hahaha. Ich krieg wieder was zurück. Ja, Mann. Ich bin so glücklich, dass ich so viel verloren habe, dass ich was zurückgewinne. Hahaha. Alter, wie episch. Komm wir nun zum Endergebnis. Ja, wer hat wohl gewonnen, ja? Wer ist der ultimative Superstar? Waluigi ist es. Waluigi. Ja. Dann war wir heute schon kein eigenes Spiel. Darf aber, wenn du das hier mal gewinnen. Tschüss. Namens... Original. Du bist der SUPERSTAR. Ja. Kommen's voll drauf. 82 Punkte. Es hätten viel mehr sein können, wenn wir nicht verkimmelt hätten. Einmal hier. Alter, guck dir mal unseren... Ah, das sind wir nicht... Guck mal, Mario konstant weit unten. Luigi, den Riesenvorsprung, dann wieder ruhig gefallen. Mario konstant nach oben gegangen. Und wir, voll die Mega-Bergsteiger-Tour, dann Talfahrt und nochmal Bergsteigen. Yeah. Wir kehren zum Hauptmenü zurück. Hauptmenü. Hauptmenü. Nein, wird es niemals geben. Ich würde mal sagen, jetzt haben wir hier alles durch. Machen wir das nächste Mal die letzte Bowser-Party. Das war auf, keine Ahnung, welchem Brett. Ich glaube, der Spukfahrt, wenn ich mich nicht irre. Spukfahrt oder... Ne, Quatsch, hier. Hier unter Wasser war es. Genau, unter Wasser fehlt uns noch. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung. Ja, eine kleine Überraschung. Und ja. In dem Sinne, ne. Das war's für heute. Wieder mal in zwei Folgen aufgesplittet. Diese Party, die war doch mal... Ihr habt Bock gemacht. Einmal kurz Diener-Schmettern gewesen, aber doch noch gewonnen. Geiler Scheiß, du. In dem Sinne... Nein. Und auf Wiedersehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Um 10 Uhr wieder. Wenn wir Mario Party 10 um 10 Uhr spielen. Arrivederci, ihr Leute. Und... Bis zur nächsten und letzten Bowser-Party. Yeah.